Ich schrei tippert! Ist der dumm oder so? Halt die Fresse! Ich schlag dir den Schädel ein! So! Noch einer? Da oben ist noch einer, aber wurscht. Läuft! 32 EP! Gut, dafür kill ich dich gerne. Ich glaube, ich muss da rauf. Anders geht's nicht. Es ist rechts oben. Zum Leuchtturm halt, ne? Arsch, Hals, Maul! So, hau mal ab hier. Hinter mir ist schon wieder was. Hallo, Zombie! Ciao, Zombie! Ja, ja, geh mir nicht auf den Pistol, ey. Kannst mich mal. Du bist so hässlich, Junge! Du bist so hässlich! So, da wandern wir einfach vorbei an denen. Da muss ich mir nicht ärgern. Ich glaube, ich habe sie am Arsch. So, mal kurz langsamer gehen, weil ich brauche wieder was da. Jetzt geht die schnell nach oben. Und wir rennen wieder. So, auf die Bude. Also! Grüß dich, Streit. Oh, Streitkolben. Der ist ja sexy. Jetzt kriege ich schon richtig gute Waffen. So, was können wir verkaufen? Wir verkaufen jetzt den ganzen Scheiß. 96, das muss man 117, wenn wir dann verkaufen. Das da. Brauche ich nicht mal. Das behalten wir. Das verkaufen wir. Oh, das ist Stufe 14, deswegen macht das so viel Damage. Ja, das kann ich aber nur lange nicht benutzen. Das sollt ihr verkaufen. Das brauche ich doch nicht mitnehmen, ey. Ohne Scheiß. Ähm, das behalten wir, das behalten wir. Ja, das behalten wir alles. Läuft! So, und was hast du? Irgendwas, was mich interessiert? Ich glaube nicht. Nö, nicht wirklich. So, warte mal, hier. 40 Meter. Hm, da unten oder wo? Okay. Oh, da muss man aufräumen hier, glaube ich. Das sind viele Zombies. Scheiße. Scheiße! So. Das regeln wir schon, Leute. Das regeln wir schon. Den dicken hier. Oh Gott. Warte mal, das muss man von hier aus machen, da geht's besser. So, ein bisschen um die Ecke hier. Ich muss das hier machen, das verstehe ich schon, aber zuerst muss der hier weg. Au, scheiße. Da muss man nur ein bisschen taktisch haben. Weißt du was? Leute, mir ist das zu blöd, wir machen das anders. So, dann hält er das Maul. Aua! Schweine... Weißt du was? Wir probieren jetzt... Ich glaube, ich habe Rasen ready. Müsste funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Doch. Wieso geht... Irgendwie mit dem Rasen habe ich es nicht ganz. Ich gehe gleich drauf hier. Den Rasen lassen wir mal. So blöd gemacht, Alter. Also von mir meine ich jetzt. Das kann man wirklich besser machen. Muss hier aufpassen, ich bin nämlich gleich tot. Heilen wir sich mal. Ich bin aber auch doof. So. Jetzt müssen wir die Scheiße hier hin und es soll wahrscheinlich help oder sowas heißen. Hopps. Da kommt wieder was, ich sehe es. LOL! Was für ein Hugo! Noch zwei. Gib mir die Waffe wieder, du Arsch. Einer ist noch da, aber das ist mir wurscht. Jetzt machen wir das schnell fertig hier. So. Der Arsch hat doch meine ganzen Waffen. Wo sind die hin, ey? Sind die weg oder was? Kann das nicht sein? Ich habe nur eine Waffe hier. Ey, ist das nicht ein bisschen mager, Leute? Das gibt es doch nicht. So. Besser. Wie man das Fleischebeil. Schauen wir mal, was es hier so gibt noch. Fettsack. Hahaha, alter. Der hat gekriegt. Der hat auch gekriegt. Ey, das Fleischerbeil ist geil. Das nehmen wir jetzt öfters. Das ist geil. Das Fleischerbeil ist geil. Definitiv. Das hat was. So, da gibt es ordentlich zum Abstauben übrigens. Oh, irgendwas habe ich gekriegt, irgendeine Waffe. So, wir müssen den Scheiß da einfach rauflegen. Da ist der dumm, Alter. Hahaha, so ein Hugo. So, wo war die Kiste? Hier. Und wir müssen da rüber. Ein bisschen eine dämliche Aktion hier, aber ist ja wurscht. So, eine noch. Und dann haben wir es. Hops. Hops. Habe ich mehrere zur Auswahl sogar. Tschau, tschau, Pinky. So, läuft. Das hätten wir. Jetzt muss ich mit dem Johannes da oben diskutieren. Wenigstens kommt man hier schon rauf. Wenn man was sagt. Hätten sie einen gescheiteren Weg bauen können, ne? Dose. Nahrungsmittelkonserven. Ja, das ist diese Endlosaufgabe. Ja, dann gibt man ihm zwei. Bisher. Wurscht. Hallo? Oh, der will jetzt gar nicht mehr. Ja, der nimmt ja alle zwei oder was? Okay. Bisschen gierig, der Mensch. So, wer wollte den Scheiß hier? Ja, Energie trinken. Nehme ich mal. Äh. Ja, da draußen. Okay. So. Du wolltest das, ne? Äh. James Stein. Excellent. Äh. Schau. Du bist mehr als willkommen hier zu bleiben und warten für Hilfe mit uns, wenn du willst. Äh. Und hier ist dein Reward. Du erhörst es. Hey, morgen Libra. Sorry. Ich hab dich gar nicht gesehen, ne? Ich hab nur dann nur mal gesehen. Tschüss Pinky. Haha. Aber er weiß ja auch ein blindes Huhn findet und so weiter, ne? Geilen Bauplan haben wir. Den schauen wir mal an. Warte mal. Wie geht das? Baupläne. Hier. Deodorant. Einen Lappen. Feuerzeug. Ja, das hätte ich alles, aber ich hab halt die Waffen dazu. Nicht. Aber ist ja wurscht. Okay. So. Alles klar, was ist mit dir? Nix. Du lass mich wissen, was du... Such mal sich wieder eine geile Quest. Wir haben ja mehr als genug. Was können wir machen? Machen wir mal was Schwierigeres vielleicht. Feuer und Flamme ist sicher geil. Naja, das ist extrem schwer, das weiß ich. Suche eine Kelly bei dem Bungalows. Die Bungalows sind ganz weit weg. So, hole Benzin von der Tankstelle. Suche das Flugzeug nach dem bla 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 bla. Das könnte man machen. Wo ist das? Wo ist das? Äh. Habe ich das nicht aktiviert, oder wieso sehe ich hier nix? Hm. Wieso geht das nicht? Suche das Flugzeug, wenn du den Dschungel hast. Ach so! Ja, wahrscheinlich weil ich nur nicht drin bin im Dschungel. Okay, leuchtet ein. Ähm. Ja, dann machen wir halt die Bungalows. Das geht nicht anders, ne? Sie ist halt ein bisschen weit, aber mit einer Karre geht's ja, ne? Oder die Tankstelle, Leute. Die Tankstelle ist aber sauschwer. Das kann ich gleich sagen. Schau mal, wie viel Waffen habe ich. Ja, das reicht. Scheiß drauf. Wir machen die Tankstelle. Wir holen das Benzin. Wo ist das Asche? Feuer und Flamme ist das, glaube ich, ne? Das ist... Ziemlich schwierig, aber es ist sehr nahe. Also machen wir das mal. So. Mal runter teiern hier. Mampfen hier gemütlich die Zombies. Gibt immer Punkte, also über... Was? Rückwärts? Bin ich hier falsch oder was? Gibt's doch nicht. Hä? Irgendwie bin ich offensichtlich hier falsch. Jo, da, da, da. Okay, wir müssen da zu Fuß gehen. Das geht leider nicht anders. Das ist ein bisschen blöder, aber okay. Hau ab! So, gehen wir nicht auf den Sack da. Bleib liegen. Da müssen wir runter, da kann ich leider nicht fahren. Aber egal. Oh, da kommt's denn durch. You dead asshole. Exactly. So. Wir müssen hier gerade raus. Ich weiß, das ist eine ungute Mission. Aber, naja. Die rennen schon wieder. Eine auf die Fresse und Ruhe ist. So, das funktioniert immer bei dem dummen Zombies. Ah! Was war das denn? Fuck! What the hell? Ich bin das erste Mal jetzt gestorben. Wow! Nicht schlecht. Der hat mich angefressen oder so. Keine Ahnung. Ich hab da full life gehabt. Oder nicht? Jetzt hab ich definitiv mehr Leben irgendwie. Brauch so eine Energy. War da nicht irgendwo einer? Alter Falter! Der hat's mir jetzt aber ordentlich gegeben. Das muss ich zugeben. So, hier ist eine Abkürzung runter. Die werden wir auch nehmen. So ein Scheiß. Wow! Jetzt bin ich das erste Mal gestorben in dem Game. Fasziniert mich. Genau. Go to hell. Motherfucker. Wo ist man denn da hin? Zeigt mir irgendwie Blödsinn an. Habe ich so das Gefühl. Ne. Ne. Stimmt so. Die Richtung. Da ist wieder einer. Ich seh ihn gerade. Junge. Hier schlitt sich alles auf. Ich bin da. Oh! Der knabbert mir an schon wieder. Alter. Die knabbern dich an. Wieso habe ich jetzt schon wieder so wenig Leben vorher? Weil du mehr gehabt. Ich check das nicht. Komisch. Oder war das ein Bug gerade? Das ist echt komisch. So. Wir müssen da hin. Klar. Da kommt schon wieder einer, ey. Die sind schön mästig hier. Meine Waffe ist im Arsch. Ohohoho. Der. Ja. Ich habe einen Hammer. Geil. So. Die Waffe lassen wir aber da. Wir müssen da entlang. Ja. Ich wusste die Mission ist sehr schwer. Aber ich verstehe nicht wie ich vorher drauf gegangen bin. Ich hatte doch Full Life. Oder nicht? Das ist ein bisschen komisch. Prinzipiell ist es mir egal. Aber. Komisch halt. Säcke. Hier ist gefährlich. Das weiß ich noch. Das sind nämlich ein Haufen. Wir müssen das Gebiet hier säubern. Und die kommen jetzt natürlich alle an. So eine besonders fette, hässliche. So. Ruhe. Ah. Geh weg. Ich brauche. Ausdauer. Aua. So. Den hätten wir. Das muss man schön chillig nacheinander machen. Weil sonst kriegt man hier richtig in die Fresse. Au. Das meine ich. Die kommen nämlich alle auf einmal. die Momaden. Aua. Aber geht weg von mir. Heilen. 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 So. Puh. Das sieht leicht aus, als ich sehe. Den Arschhammer. Läuft. Was haben wir hier? Das ist eine Trickswaffe. Das kann ich nicht brauchen. So. Da hätte ich drauf schießen sollen. Ich bin aber auch ein Hannes, ey. So. Was haben wir denn hier? Kiste. Hm. Ich nehme die mal mit. Da sind noch mehr. Ich habe ihn gesehen. Ey. Wie viele das sind. Scheiße. Mach mal hier weg. Ich habe eine Idee. Ich lockte jetzt hier an. Ah. Ah. Hüpf. Du Mahonto. Wow. Sie sind gefährlich. Ich glaube ich habe schon wieder ein Level Up oder sowas. so gefährlich die Pisser. Bist du tot hoffentlich, ne? Ah. Ah. So. Läuft. Puh. Die sind echt gefährlich. Sowas ist nichts für meine Nerven. So. Ah. Nicht so leicht. Was haben wir jetzt hier? Ähm. Zusätzliche Ausdauer. Ja. Ausdauer ist immer wichtig. Das nehmen wir gleich mal. Läuft. Weiter geht's. Jetzt müsste Level 9 sein, wenn ich nicht ganz dumm bin. Ah. Das ist wieder so einer. Oh. Ich glaube langsam habe ich es ja raus wie es geht. So wie es geht. Au. Der hat gesessen. Wir müssen heilen. Wir müssen heilen. Wir müssen heilen. Ich heile lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Ich trau denen damit. Einen kleinen hier. Ey. Hau ab. Au. Nicht tot. Nicht tot. Sieht nur so aus. So als rechts mal. Heil dich. Ich checke ich nicht. Wieso kann ich mich nicht heilen? Ich habe doch genug von dem Blödsinn. Komisch. Wir könnten den auch anzünden einfach. Mann. Wir könnten das wirklich einfach machen. So. Leck mich doch. Alter. Nicht schon wieder. Wieso kann ich denn nicht heilen? Ich verstehe das nicht. Kuh ist fucking heilen. Habe ich keinen ersten Mal. Wie viel mehr kriegt das kann doch nicht sein ey. So. Lass mich nur mal verarschen. Das war diese Raserei Modus. Also besonders nützlich halte den nett. Aber okay. Zumindest geschafft. So. Den Hammer brauche ich nicht. Der ist sowieso kaputt. Ich muss die Dinger da irgendwie an diese Flecken da stellen. Und dann läuft es. Und rein. Fackel. Sehr schön. Hier gibt es sicher auch was geiles. Eine schöne Waffe. Da blinkt nur was. Was blinkt da? Das ist so ein Stahlrohr. Ne. Ich hab das geordnet. So. Und da drüben müssen wir nur was machen. Dann nehmen wir die da. Das ist sicher die da. Das ist die da. Das ist nüt. Da sind nur Kisten. Sehr schön. Und da sind auch Gegner. Nein. So. Der hat es hinter sich. Nimm das. Wieso kann er es denn nicht nehmen? Das ist ne geile Waffe. Und hier gibt es Leben. Das ist doch was Feines. So. Wieso kann ich diese blöde Kiste nicht nehmen hier? Hopp. Lass mich rauf. Ist das Game dämlich oder was? Wieso kann ich die scheiß Kiste nicht nehmen? Ach. Müsilig. Ich muss die nehmen. Kann man sie treten auch nicht. Versteht mich nicht. War hier nur irgendwo eine. Das kann ich nicht brauchen. Da ist nur eine. Kann man die nehmen hoffentlich. Oh. Lass mich. Oh. Lass mich rauf. Ist das Game dämlich oder was? Lass mich da rauf. Na. Kannst du ja nicht drauf. Unsichtbare Wände vor der Wind. Kann man das nehmen? Nein. Aber da findest du ein Zombie da. So. Den Hammer. Ja. Ich muss hier nur was machen. Aber irgendwie geht das nicht. Ich komm nicht dazu. Läuft irgendwie nicht. Ach komm. Lass mich da. Hopp. So. Das haben wir. Gib mal die Fackel hier. Ich muss nur die Fackeln nehmen glaube ich. Das andere muss ich gar nicht machen. Aha. Okay. Alles klar. So. Fuckling haben wir jedenfalls. Läuft. 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 Paddel. Das macht kein Damage. Das kannst du schmeißen. So. Dann gehen wir wieder zurück und geben das ab hier. Das ist eine ziemlich mistige Mission hier. Die ist schon wesentlich schwieriger. Weil es zu viele von diesen Pilzern sind. Wenn einer nach dem anderen kommt, wird es mich ja nicht stören. Da unten ist wieder so ein Hippie. Den umgehen wir jetzt mal. Okay. Ich glaube ich habe es gecheckt. Gebt mir Ausdauer. Ja. Läuft. Hinter mir ist was. Ich weiß das. Ich rieche die Viecher. So. Da vorne sind ein paar Gegner. Arschgeige. Was willst du denn von mir? So. Da ist meine Karre. Und ein Idiotas. Oh. Was hält denn der aus? Oh. 130 Damage. Wir werden jetzt einmal das Inventar ein bisschen durchsortieren. So. Schlagring. Alda. Behalt den. Tauchermesser. Ist sowieso immer Arschgeige. Fallen lassen. Den Stock. Den Nehmer. Was man da ist. Wurscht. So. Jetzt. Und was haben wir noch? Das da. Ja. Der ist auch gut. Ja. Habe ich wieder zwei geile Waffen. Läuft. 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 Also Stock oder Stock. Ja. Passt. Ähm. Wir sollen da nach oben. Gut. Dann fahren wir. Weil dann ist die Karre wenigstens oben drin. Läuft. 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 Schön geschmeidig um die Ecke. Tor auf. Chef ist da. Das lobe ich mir. Alles klar. Wir müssen wieder nach oben. Jojojo. Alles klar. Wir brücken. Erste Hilfe Dinger muss ich kaufen. Da habe ich nämlich keine mehr. Wert. 10. Lol. Na da kaufen wir aber jetzt ein paar. Weil sonst kann ich mir nicht mal mehr heilen. Das ist voll scheiße. Muss ich ein bisschen investieren jetzt. Was kostet das? 200. Ja gut. Ist ja wurscht. Wir haben es ja. Ne? So. Dann suchen wir uns eine Werkbank. Und werden den da ein bisschen modifizieren. Soffen. Wo war denn die Werkbank? Die war doch hier irgendwo. Hier. Da war sie oder? Jo. Vielleicht können wir da ein bisschen was machen. Also. Deo Bombe können wir machen. Genagelt können wir machen. Und das da. Dann würde ich sagen. Ja. Machen wir das aus dem da. Und genagelt machen wir aus dem da. Logischerweise. Ist er modifiziert. Macht er mehr Damage. Spaß. Deo Bombe. Kombiniere ein paar Deos nach meiner Beschreibung. Und du erhältst eine ausgemachte Bombe in den Händen. Achte nur darauf, dass Deo Dosen nicht leer sind. Ja. Ich würde sagen. Machen wir mal. Vielleicht kriege ich sogar XP dadurch. Why not. So. Dann gehen wir kurz zu reparieren. Weil das sind jetzt wirklich super Waffen. Das heißt. Das sollte man auch ein bisschen behalten. Die machen schon ein bisschen was her. Was kostet's? Boah. Die haben Preise. Ja. Jetzt weiß ich wo man das Geld herkriegt. Das wird ein bisschen teuer mit der Zeit. Aber die hauen auch richtig gut rein. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Wow. Preise. Preise. Aber ist okay. Ich habe jetzt Spitzenwaffen. Wow. Geil. Das Ding brennt. Ohne Scheiß. Moment. Jo. Feuer. Alter. Ich hau mich weg. Ich kann die Schweine anzünden. Die Waffe. Die behalten wir Leute. Die behalten wir auf jeden Fall. So. Muss jetzt das nur abgeben hier. Ähm. Ja. Da habe ich einen Vergleich mit meiner ausgerüsteten Sonne so schlecht. So. Wir geben da draußen den Auftrag jetzt ab. Die vier Fackeln. Die wollte er ja haben. Der Scheißer. Wie ist er denn? Wir wollten die haben. Wir wollten die haben. Energy Drink. Danke. Du wolltest das hier oder wer? Jo. Der Trevor. Die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Hier. Hier. Geh das. Nur ein Token. So. Danke. Stufe 9. Jo. Jungs. Nehmen wir es mal. Boah. Die Waffe ist geil. Auf die freue ich mich jetzt. Auf die freue ich mich echt die auszuprobieren. So. Was haben wir dann? Fortlaufende Ereignisse. Asche zu Asche. Ohne Beziehung. Wie weit ist das? Nicht weit. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Boah. Ich freue mich echt so auf das jetzt ausprobieren. So liebe Leute. Wir werden aber speichern. Und ich hoffe ihr seid wieder dabei beim nächsten Part von Dead Island Definitive Edition. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018